ich hoffe einfach mal dass das was bringt was ich gerade tue ja ich weiß nicht ob die entwickler das so gedacht haben ich werde es greut Okay, das hat ihm wehgetan, so wie es aussieht. Oh, Mist. Okay Nein, die Polypen zu zerstören? Keine gute Idee. Gut, jetzt wissen wir das schon mal, dass es keine gute Idee ist, die Polypen zu zerstören. Habe ich den schon beschädigt? Nein. Ich werde dich entsprechen. Ich werde dich entsprechen. Ich werde dich entsprechen. So kann ich alle zerstören, bis auf den da. So kann ich alle zerstören, bis auf den da. So kann ich dann im Unsichtbaren das Ding angreifen? Nein, kann ich nicht, denn er wird kommen. Aha. Wie kann ich mir helfen? Ja gut, das macht definitiv mehr Schaden. Ich hoffe, das trifft jetzt keine der beiden Zysten, sonst ist es doof. Nein. Okay. Nice and quiet. There's a wallopin! So, eins ist kaputt, ohne dass wir ihn... Jawohl, halt. Das sollte ich hier besser gehen. Ich weiß nicht, er weiß, dass wir da sind eigentlich. Er hat mit uns geredet. Aber trotzdem können wir einfach hier mit Feuer bellen. Ich muss ihm ordentlich eine vernatzen. Er hat mit uns gerissen. Wie viel hast du eigentlich noch? Schwer beschädigt, okay. Oh, das war vielleicht zu wahr, der Zyste. Nein, gut. Und ein letztes Mal Bum. Der darf auf jeden Fall nicht die Zyste zerstören. Hör auf, Todes zu strahlen, das ist nervig. Vielleicht muss ich wirklich mal weiter weggehen. Sehenspiegel, noch ein Plünderer der Visionen, nicht gut. Äh, wer, 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 wer? Fenrir wahrscheinlich. Warum ist der rasend? Fenrir, Fenrir, Sprengs. Soll ich raus. Agreggt, Fenrir. Fenrir, Fenrir, Schwiegse. Fenrir, Fenrir, Schwiegse. Fenrir, Schwiegse. Fenrir, Schwiegse. Ja, Ardolf wird so ein Problem werden. Du hast doch auch wieder den Tentakel, oder? Hagram todenah, dann heil nochmal. Da leben noch windende Tentakel, und der da lebt noch. Oh, Fenrir ist übernommen, das ist nicht gut. Ja, und noch so ein, ne? Und noch so ein Seelenspiegel, nicht gut. Ah, noch so ein Seelenspiegel, ich brauche neue Phantome, dringend. Das Ding ist nicht der Job. Ich habe dann so das Gefühl, ich muss neu laden und ein bisschen anders vorgehen. Für die Kampf brauche ich auf jeden Fall Ermächtigung. So, du triggerst mal den Kampf. Und ihr, alle auf den da. Das ist ein paar Mal.